Ja hallo, mein Name ist Saint DLP und ich mache Let's Plays für euch. Hier auf der Seite findet ihr ein paar ausgewählte Games, die ich bereits abgeschlossen habe. Let's Play technisch, hier unten findet ihr die Links zum Kanal, zur aktuellen Playlist und natürlich zum nächsten Part, sofern dieser schon released ist und jetzt ab zum Game. Ja liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Modern Warfare 1. Wir sind hier immer noch auf dem Feld. Ich habe noch keine... Boah, Alter. Konnte mich noch nicht. Scheiß, Kind und Junge. Fuck. Schieß mir. Und da steht auch immer drei Mann vor dir. Ja, natürlich. Können wir jetzt hier mal ein paar Typen töten? Ja, klar. Wer schießt denn hier? So, ich mache jetzt mal den Vormarsch hier. Ich habe die Schnauze jetzt voll. So, dann machen wir noch einen Luftschlag. Den Flaggen mal da hinten drin. Dann sollen sie mal rankommen. Ja. So, ich bin mal ein Stück vorgelaufen. Wie sieht es denn aus mit euch? Du scheiße. Granitchen. Ich sehe nichts. Boah, leck mich doch am Arsch, Alter. Jetzt kommt wahrscheinlich die kleine Granate geflogen. Ich ahne, soweit. Sterben. So, der ist down. Ich darf dir nicht. So, der ist down. So, du komm ran, jetzt hier, Jungs. 30 Sekunden. Ey, willst du mich verarschen? Ja, der fickt mich jetzt. Der fickt mich jetzt. Ja, er grenzt jetzt hier durch. Wie soll man das schaffen, bitteschön? Ich muss da runter. Ja, ich muss da runter. Ja, so. Er ist mega, wo er herkommt. Ich muss nachladen. Mist hier. Krasse Missionen, muss ich sagen. Doch, echt. Ihr habt was. Ich muss da halt von zwei Seiten. Ja, und keiner. Und, jetzt bin ich wieder tot. Alter. Das ist unglaublich. Luftschlag. Das können wir ja mal von rechts ziehen. Ohne andere Waffe. Hier lag doch eine Raketenwerfer. Nee. Dauert ja ewig mit dem Teil nachzuladen. Ist ja furchtbar. Luftschlag. Mann, 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 Mann. So, ich gehe mal hier lang. Wir müssen sofort zur Landeszone. Wir schießen hier. Ich muss da einfach mal einen kleinen Umweg laufen. Hey, ist das besser. Kommen die hinterher? Ich frage lieber Janne erst. So, Magazine sehen auch sehr scheiße aus. Jetzt ist kein Mensch. Die Frage ist natürlich, was passiert. Wenn ich jetzt hier alleine runtergehe. Da kommt ein Scheißhalter. Granate. Boah, leck mich. Aber wir sind weiter. Wir sind weiter. Guck, guck, wir sind schon weiter. Was auch immer mich jetzt hier ficken tut. Was auch immer mich jetzt darf. Was runter. Hallo? Da hinten schießt jeder mit der Dings. Aber da muss noch irgendwo einer sein. Da ist er. Ich bin schon wieder am Arsch, Alter. Ja, Mann. Langsam wird es echt ätzend. Ich breche jetzt hier gleich ab, Junge. Ja, du komm, zieh an jetzt hier. Jetzt die Faxen dicke. Es muss doch mal sein, dass man hier durchbrechen kann. Wie sie so schön sagen. So, 66 Meter noch. Sprich uns hier einfach mal runter. So, wir sind da. 90 Sekunden bis zum Start. Überleben, bis der Helikopter kommt. Wo ist hier ein Helikopter? Da hinten kommt ein Helikopter. Wo landet der? Da am Wasser? Vor allem, wo sind meine Kameraden? Ist mir jetzt egal. Wo macht der hier? Seid ihr welche von uns? Ja, gut. So, an Bord, was? Ich bin so an Bord. Also, ich bin drin. Wie ihr macht. Alter Schwede. So, Abmarsch jetzt hier. Die Fresse voll. Wir haben den verdammten Bastard. Aber er ist nicht für den Tod der Marines verantwortlich. Tut mir leid, Kuppel. Imran Sakhaev, ja? Der Mann ist ein Gespenst. Er soll untergetaucht sein. Und trotzdem finden wir ihn. Ich bin ganz hoher. Ganz der Papa. Sakhaevs Sohn. Commander der Ultranationalisten im Kampf. Auch faule Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. Der Loyalist Kamerow weiß, wo sich der Junge aufhält. Und der Kleine weiß, wie wir Sakhaev finden. Die Sünden unserer Väter. Ist das nicht scheiße? Das ist der Westerweg rein. Der Fahrzeugkontrollpunkt, sie ist direkt vor uns. Nichts mit Kamerob, das könnte klappen. Vulture 1, 6. Wir sind in Position. Bravo 6, Vulture 1, 6 hier. Störsender aktiv. Angriffserlaubnis auf die Wachstation erteilt. Ende. So, mal gucken, was wir hier machen müssen. So, klettern Sie auf den Müllcontainer und machen Sie sich bereit, die Wachen im Turm auf mein Zeichen auszuschalten. Der Rest folgt mir. So, ich bin jetzt auf dem Müllcontainer und du? Gut. Kann ich schon? Wahrscheinlich nicht. So, erledigen Sie sich jetzt. Los, los, los! Feuer! So, hättig. Der war nix. Der war auch nix. Der ist da unten. Der hoch. Der ist da unten. Der hoch. So, nun kommen. Lad mal ein bisschen schneller nach hier, die Büchse. Der ist aufdauen. Weiter sehe ich gehen. Da ist noch einer. Der ist aufdauen. Gebiet gesichert. Uiuiuiui. So, nu. Alles klar. Sehen wir uns mal um. Sieht die feindlichen Klamotten an und löscht die Feuer. Kamerauf, ich brauche Ihre Männer am Boden, falls die Fahrer anfangen, Fragen zu stellen. Beschäftigen Sie sie, bis wir Sakajews Sohn gefunden haben. Wir haben nicht viel Zeit. Also los. Zwei Stunden später. Mann, du siehst dich albern aus im Hauptfeld. Gut, dass du hier oben bist. Du siehst so gar nicht aus wie ein Russe. So, bereiten Sie ihm einen Hinterhalt vor. Wir haben einen feindlichen Konvoi, der auf euch zukommt. Ich zähle sechs Fahrzeuge. Ab over. Verstanden. Niemand schießt, bevor ich den Befehler zu gebe. Okay. Boah, wir können drin bratzen. Feuer? Du machst schon. Ich habe das Ziel im dritten Wagen im Visier. Ich laufe gerade daran vorbei. Verstanden. Alle Teams verhalten. Das Ziel ist im Jeep vor dem D&D. Wir müssen ihn lieben kriegen. Also Vorsicht beim Feuer. Okay. Ausreuchern. So, der Typ fährt jetzt ab oder was? Ach du Scheiße. Ja, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Schauen dieses Parts. Ich freue mich natürlich immer über ein Like und natürlich viel mehr über einen Kommentar von euch unter dem Video. Hier seht ihr nochmal die Games, die bereits abgeschlossen sind. Ein bisschen themenbezogen sind sie zum jetzigen Let's Play und natürlich den Kanal Link, den Playlist Link und natürlich auch den Link für den nächsten Part. Sofern dieser schon released ist, kann sein, dass der noch nicht verfügbar ist. Von daher geduldet euch ein wenig und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Ich hoffe sehr, der счet ist, wenn ihr euch wieder versteht.